In zwei Kilometern rechts abfahren in Richtung Rosenburg. In Richtung Rosenburg dann in den Kreisverkehr einfahren. Rechts abfahren in Richtung Rosenburg dann in den Kreisverkehr einfahren. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen und in den Nussseeberg fahren. In Richtung Rosenburg dann in den Kreisverkehr einfahren und in den Kreisverkehr einfahren. Die Nussiberg folgen. In Richtung Rosenburg dann in den Kreisverkehr einfahren und in den Kreisverkehr einfahren. In Richtung Rosenburg dann in den Kreisverkehr einfahren und in den Kreisverkehr einfahren. In Richtung Rosenburg dann in den Kreisverkehr einfahren und in den Kreisverkehr einfahren und in den Kreisverkehr einfahren. In Richtung Rosenburg dann in den Kreisverkehr einfahren und in den Kreisverkehr einfahren. In Richtung Rosenburg dann in den Kreisverkehr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020